Hallo, herzlich willkommen zu unserer Crowdfunding-Kampagne zum Film A Living Dog. Mein Name ist Daniel, das da ist der Thorsten. Genau, hallo zusammen. Der Daniel ist Regisseur und Drehbuchautor. Er hat dieses wundervolle Drehbuch zu unserem Projekt A Living Dog geschrieben, einen 90-Minuten-Science-Fiction-Mystery-Film. Der Thorsten ist Kameramann, Ausstatter, Production-Designer, baut in seiner Freizeit gerne solche Waffen. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren oder so. Genau. Wir haben in dieser ganzen Zeit schon sehr, sehr viele Kurzfilme vor allen Dingen realisiert. Und wir haben uns gesagt, es ist eine Zeit, wir wollen jetzt endlich mal unseren allerersten Spielfilm drehen. Und natürlich haben wir uns für das Genre Science-Fiction entschieden, weil wir Science-Fiction einfach lieben. Wir werden den nicht, wie man es sonst so von Science-Fiction-Filmen kennt, in irgendeinem Bunker oder keine Ahnung was drehen, sondern wir wollen tatsächlich in die absolute Wildnis fahren dafür. Und zwar nach Finnland, nach Lappland, um genau zu sein. Finnland hat von seiner Landschaft her ist absolut einzigartig und sieht ganz anders aus als alles, was man so kennt. Wir haben zu diesem Zeitpunkt, wenn wir da drehen, im Juni, Juli, die Mitternachtssonne, die praktisch immer vorhanden ist. Das heißt, wir haben gar keinen echten Sonnenuntergang und eine ganz einzigartige und faszinierende Lichtstimmung. Es geht in dem Film A Living Dog um einen Deserteur, der in einer Situation, in der die Menschheit, einen gewaltigen Krieg führt gegen Maschinen, die diesen Krieg eigentlich schon mehr oder weniger gewonnen haben. Dieser Deserteur ist vor diesem Krieg geflohen, hat alles hinter sich gelassen, ist in die Wildnis gegangen, stößt dort aber auf eine Freiheitskämpferin, die einen sehr konkreten Plan verfolgt und den Kampf noch nicht aufgegeben hat, was natürlich, wie man sich vorstellen kann, zu Konflikten führt. Aber die Story hat noch einen ganz anderen, sehr reizvollen Gedanken und zwar kommt dieser Film absolut ohne Dialoge aus. Das ist eine ganz krasse Besonderheit, wie ich finde, vor allen Dingen für einen 90-Minuten-Film. Es ist so, dass die Maschinen, die gegen die Menschheit kämpfen, auf menschliche Stimmfrequenzen geeicht sind. Sprich, die haben Sensoren und reagieren darauf, wenn irgendwo eine menschliche Stimme ertönt. Dafür haben wir uns entschieden oder dafür habe ich mich entschieden, weil es eine ganz besondere Atmosphäre der Angst gibt. Wenn man nicht in der Lage ist, mit seinen Mitmenschen zu reden und nicht mehr zu kommunizieren, dann sind die Handlungsmöglichkeiten auch sofort eingeschränkt. Man kann sich allerhöchstens gestisch verständigen oder mit kleinen Notizzetteln oder so. Aber das normale Reden ist nicht mehr möglich. Jetzt haben wir es geschafft, ein ganz tolles Team um uns zu versammeln, die alle von diesem Projekt überzeugt sind, die das ganz faszinierend und ganz spannend finden. Und die investieren ihre Zeit, ihr Talent in dieses Projekt, aber auch ganz konkret ihr Geld. Wir haben auch all unser Erspartes sozusagen zusammengesammelt und gucken, dass wir das alles in dieses Projekt stecken können, weil es uns eine absolute Herzensangelegenheit ist, diese Vision wahr werden zu lassen. Natürlich sind wir einfach arme Schweine und deswegen hat das lange noch nicht gereicht. Wir müssen das ganze Team da hochbringen nach Finnland, wir müssen Technik ausleihen, solche Sachen, das kostet einfach wirklich eine Menge Geld. Deswegen sitzen wir hier, machen dieses Video, denn wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Und das heißt in diesem Fall ganz konkret, wir brauchen möglichst viele Leute, die das Ganze unterstützen. Dafür reicht es auch teilweise schon, wenn ihr das einfach weitererzählt. Wenn ihr einen Blog habt, dass ihr darüber schreibt, erzählt anderen von diesem Projekt, teilt es auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Und natürlich könnt ihr uns hauptsächlich dadurch unterstützen, dass ihr uns was zu diesem Projekt dazugebt. Wenn ihr sagt, ey, das klingt cool, was die Jungs vorhaben, das scheint ein geiles Projekt zu sein, dann unterstützt uns. Jeder Euro, den ihr uns gebt, bringt uns dichter nach Lappland. Und natürlich kann das Projekt nur so zustande kommen, wie wir uns das vorstellen, wenn wir wirklich in Lappland sind und nicht nur es bis nach Gelsenkirchen geschafft haben. Ihr habt es in der Hand, diesen Film wahr werden zu lassen. Ich würde mich total freuen, wenn das funktioniert. Genau. Wir beide würden uns freuen, das Team würde sich freuen. Und wie der Daniel vorhin schon gesagt hat, jeder Euro zählt. Deswegen unterstützt uns, unterstützt dieses absolut coole Projekt, unterstützt A Living Dog.